Ja Hallo meine lieben Putzfader, denn das war die Freunde, ich bin's mal wieder, der Sebastian Heute machen wir ein Video zu Was dir ein Schweins, der gar freigdösen hat Der sich gegen Schalke und Hoffenheim schon geschossen hat Und gegen, ich glaube man selber, ist ja egal Ne, nicht man sei Quatsch, nie Und ja, das werden wir nachmachen Einziger Unterschied zu den Tutorials Sonst wir machen keine langweilige Praxis Sondern, ne, ne, andersrum Keine langweilige Theorie, das kann ich nur fragen Ja, man ist ein Intelligenz-Patient schon Genau Äh, und wenn der Mann ist jetzt fertig mit Warnschießen Ja, Mann Dann fang ich gleich an, er muss jetzt auch den Ball holen und Ja, dann kann's auch gleich losgehen Ja Habt so lang bitte Geduld, ich hoffe euch gefällt das Video Und ihr könnt eure Fragen gerne per Nachricht schicken oder Äh, was ihr auch immer wollt Genau Jetzt war ich noch zu sehen, wenn es kommt und dann kann sie auch schon losgehen Jawohl Ball her Ja Mach mal einfach weiter oder muss ich Ja, weiter, freilich Hab ich noch das Geld zu, oder was Alles Äh, guck mal Äh rolling 1 2 3 2 2 4 3 3 4 4 auch 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 so Ok, ja. Fertig. Oh, fuck! Hat er mehr an die Erde reinkommen oder sonst was? Wie viele? Es ist zwei. Einer, einer. Ja, es kommt eine letzte von mir. Oh, fuck! 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 Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, was soll ich mal da kurz? Alter, das ist ja nur da. Ich hab was nicht. Oh, Gott! Nein! Alter, ich sehe ja nur die Haltzüren. Ich bin ja noch dauernd vor ich den Ding an! Ja! Wer? Alter, so ist doch cool! Ja, komm! Ich bin ja nicht da draußen. Alter! Nein! Alter, ich kenne die Haltzüren. Das ist doch so. Ich kenne die Haltzüren! Ja, komm! Seh, wie ich jetzt raus! Alter, ich kenne die Haltzüren! Ich hab ihn mal anzunehmen. Wie hältst du die jemand? Nein! Ich kann mich nicht hin. Komm, hol! Nein! Wir wollen uns frei, wir schauen mal, was ist das Thema? Ja, der Jonas hat er zu schossen, deswegen braucht er jetzt ein bisschen. Keines bisschen, Pause lang ist gleich heute. Mit seinen letzten zwei Schüssen hat er traurig keinen Plan. Jonas! Ja, wir kommen! Nein, nein! Oh! Nein! Nein! Ja! 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 ok auch weil ja auch war wollen und 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 Ich hab noch verdient. Ich hab noch verdient. Ich lasse dich bleiben, ok? Ja. Aber ich lasse dich bleiben. Ich lasse dich bleiben, oder? Oh, fuck! Oh, fuck! Und wo war da drückt? Ja? Komm, ich bin. Mach weiter, mach es auch. Neun! Ah! Ich hab bei jedem so ganz faulich, ne? Warum denn? Weil alle drei fliegt. Bring nur nix, sonst. Ich weiß aber kein faulich was. Das ist aber alle davon. Hm? Ah! Was? Was? Nur was was ich kann? Ah! Ah! Okay, ich weiß nicht. Spieh, Bruder! Voll bitte! Okay? Ich hab' den Schraubchen. Ich hab' den Schraubchen. Oh, fuck! Also, das ist ein bisschen Schraubchen, weil ich noch nicht schraubchen bin. Ich hab' den Schraubchen. Ich hab' den Schraubchen. Es ist so. Es ist so. So, ja. Das war jetzt das Dribbling. Es ging nicht so einfach, weil da nur viel Knochen geht wie immer. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Ballo halten. Oh! Mal bei oben, mal bei Ihnen, mal. Was das ist? Alles, was? Alles, was? Keine Lupe? Nicht links? Keine Lupe, danke. Keine Lupe, danke. Wow! Ja... Oh, 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 oh! Komm, der bringt! Du bist? Aufhandspmem? Du bist? Du bist nur Imperial. Ich fühl roots in bei Ihnen! Du bist was es. Im��. Du bist nur mit dir. Du bist noch Ils öfters aufgedremen! Wundern wir sehen. Ja, nein! Wundern wir sehen! Und er ist noch etwas Totem in diesem Bereich. Ja, ey, ich muss nie wohnen, dann kommen wir zusammen zu ihm und ich mach. Okay, nochmal. Wow! So, ja, das war es jetzt eigentlich schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid noch Verbesserungsvorschläge. Und bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian und euer Jonas, der wohl nie ins Bild will. Tschüssi.